Na, dann wollen wir mal gucken, was die Post heute so gebracht hat. Oh, Werbung, noch mehr Werbung, noch mehr Prozente immer. Was ist das? Post von der Brieftaube? Oh mein Gott, das muss ich mit reinnehmen. Ich habe was vom Brieftaubeverband bekommen und ich weiß nicht, was das auf sich hat, aber ich werde es einfach mal öffnen. Okay, hier sind Fragen drin und die erste Frage lautet... Ich bin Karl Böhr, bin 11 Jahre alt und wohne in Aarhaus und in meiner Familie hat der Brieftaubeverband eine sehr große Bedeutung. Schauen wir mal, was noch im Umschlag drin ist. Ah, hier ist noch eine Frage. Und zwar lautet die zweite Frage... Ich kümmere mich nicht allein um die Tauben, sondern mein Vater und mein großer Bruder helfen regelmäßig dabei. Außerdem übernehme ich am Einsatz und am Zugtag mit technischen Angelegenheiten in der Einsatzstelle und helfe regelmäßig beim Trainieren der Tauchung. Wollen wir mal gucken, ob noch was im Umschlag drin ist? Ähm, ja, da ist noch eine Sache und zwar eine Frage. Mein Vater und mein großer Bruder sind genauso fasziniert von den Brieftauben wie ich und deswegen sind sie auch im Brieftaubenverein tätig. Mein kleiner Bruder ist auch schon auf einem sehr guten Weg, ein Brieftaubenzüchter zu werden. Im Gegensatz zu meinen Brüdern und meinem Vater findet meine Mutter den Brieftauben-Sporten nicht. Dass ich nun keine Frage mehr in diesem Umschlag befinde, bedanke ich mich nun recht herzlich beim Deutschen Brieftaubenverband in der Entdeckung.